ja moin sind meine freshen dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren clash of clans video und heute gibt es mal wieder ein kleines nachtdorf oder nachtbase oder bauarbeiterbasis oder wie auch immer man es nennen mag dorf update und ja ich ihr wisst ja ich bin mh7 und ich habe jetzt eigentlich die ganze zeit den fokus darauf gelegt mein fünftes armeelager zu bauen und ich bin jetzt dabei also ein tag baut ist schon und das wird mir natürlich noch mal einen deutlichen vorteil gegenüber vielen von denen bringen die hier unten bei 2852 pokies unterwegs sind und da freue ich mich schon sehr drauf meine nachthexen sind übrigens auch schon auf 12 also auch was das angeht läuft und ja was als nächstes dann passieren wird ist wahrscheinlich dass ich die kampfmaschine weiter versuchen werde nach oben zu pushen weil die halt einfach normal oder ein entscheidender faktor auch bei der strategie ist die ich aktuell mache gut vielleicht bringe ich noch mal vorher die mutanten lakain auf stufe 12 denn die setze ich aktuell genauso viel ein wie die hexen wahrscheinlich für die strategie im endeffekt so sein entweder drei hexen und zwei mutanten lakain oder drei mutanten lakain und zwei hexen eigentlich sind die einheiten der hexen nur vorne fürs tanken gedacht und die mutanten lakain räumen im endeffekt die base aus und ich kann euch das ganze ja mal zeigen also ich hänge mit der strategie ehrlich gesagt hier fest ich komme damit jetzt auch nicht viel höher also es ist jetzt auch nicht die genialste strategie wahrscheinlich aber ich mag es einfach irgendwie mit den einheiten also team ich mag die einheiten an sich es klappt so echt nicht immer so wie ich mir das vorstelle aber ich mag diese strategie eigentlich ganz gerne und ja wir werden das mal angehen und ich werde da das jetzt hier so blöd verteilt ist werde ich hier mal ein paar lakain dafür verwenden mir hier die gebäude vorzunehmen und den rest werden wir dann gleich hier zum einsatz bringen guck mal da kriegen sie sogar auch noch das gebäude wunderbar allerbest und zwar werden wir hier so die einheiten droppen okay gut dass die jetzt so blöd laufen das war jetzt nicht so geplant und hier wie gesagt da werden halt die lakain mit dazu geschickt so den finde ich jetzt schon mal gut die ist gleich in den zerschmetterer reingeworfen worden das war schon mal richtig blöd so ich habe jetzt auch nur noch zwei nachthexen die über sind aber guckt doch mal prozentual gesehen sind wir hier schon richtig gut unterwegs der war nicht so gut gezündet guckt euch den angriff an die eine queen ist sogar die eine hexe ist sogar doch noch außen rum gelaufen oh nices ding also der angriff hat so gut funktioniert so gut funktioniert das nicht häufig kann ich gleich sagen werden jetzt ja noch die anderen angriffe sehen ich werde es ja jetzt die ganze zeit zu machen 71 prozent das waren sieg der gegner hat nur 50 prozent geschafft und wir ballern mal den schub rein ist auch gut dann wird das wird hier die das armeelager auch noch ein bisschen schneller fertig und dann warum ist denn da jetzt eigentlich ein tag und 17 minuten war da nicht eben noch genau ein tag jetzt sind es auf einmal ein tag und 17 minuten mysterious mysterious so wir müssen noch auf die kampfmaschine warten na egal die 17 minuten werden jetzt weg gehackt von der vom uhrenturm den ich auch irgendwann noch mal ausbauen muss ja und wie gesagt als nächstes werde ich dann wahrscheinlich erst mal die mutanten da kein weil ihr seht die bringen richtig was hier werde ich wieder ähnlich angreifen wie eben nur von der seite hier werde ein lakai hier wieder drauf setzen ob hier könnte ich sogar auch noch genau ja auch vielleicht sollte ich das öfters mal so mal ja wobei hat doch nichts gebracht dass die eine luftabwehr naja so den rest schicken wir hier rein so denn der muss immer vorlaufen eigentlich weil der muss ein bisschen die fallen schon mal rausnehmen die dort natürlich immer irgendwo meist versteckt sind so und der brutzler muss jetzt halt schnell ausgehen ja der brutzler schon weg und ich habe den die kampfmaschine leider viel zu spät gezündet und ich habe viel zu spät reingezoomt so kampfmaschine kommt ein angriff geht noch einer geht noch sauber und auch hier sieht das so aus als wenn ich die base kriegen würde also so gut ich muss ganz ehrlich sagen so gut wie es jetzt gerade im video hier funktioniert funktioniert es nicht immer absolut nicht das hier ist einfach lucky dass es gerade so gut läuft was ich mir halt angewöhnt habe oh guck mal das kriegen wir nicht mehr was ich mir halt angewöhnt habe ich versuche es immer von der schmalen seite und nicht von der breiten seite das heißt wenn ich so eine base habe die erlänglich ist versuche ich immer von der schmalen seite und nicht von der breiten seite weil da kriegt man nicht die ganze breit seite ab sondern man kriegt halt nur ja nach und nach die def ab und nicht komplett alles in die fresse rein und das lässt sich auf jeden fall besser verkraften für die einheiten so wir können direkt den nächsten angriff raushauen so hier ist auch wieder ein bisschen länglich die base und der brutzler steht auf der seite jetzt haben wir hier das problem eigentlich ist der brutzler hat man auch eben gesehen ein bisschen einfacher für die def oder ist ein bisschen einfacher zu platt zu machen als diese luftbomben die sind zerstörerisch also bei denen muss man aufpassen ich gehe eigentlich nie von der seite rein aber hier hat er extra die base in die ecke gestellt so dass ich eigentlich nur von der seite kommen kann sonst können die hexen gar nicht wirklich zaubern das heißt wir werden mal unser glück probieren aber ich kann gleich sagen ich glaube hier wird das nicht so gut laufen weil ich glaube nicht dass wir hier bis zur base vordringen können das kann ich mir beim besten will nicht vorstellen so marschieren wir mal so wir marschieren so jetzt kommen die luftbomben und die luftbomben müssen halt eigentlich immer in die fledermäuse und nicht in die mutantenlakein und da sind die eben einmal richtig in die mutantenlakein rein ah shit und die doppelkanone hat es auch gerade nicht mehr erwischt schade 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 eigentlich jetzt die doppelkanone gerade noch mal erwischen müssen so es fehlen noch ein paar prozente ein paar prozente die hätte ich gern noch sauber immerhin noch den einen stern mitgenommen und kriegen wir sogar noch einen jo wir kriegen sogar noch einen wahnsinn also und noch noch ein paar äh was heißt noch ein stern äh noch ein paar prozente 55 prozent ist jetzt auch okay also ich bin eigentlich immer zufrieden sobald ich einen stern hab so und der macht es auch hier mit den hexen und er kriegt es nicht hin sein an oh wobei warte warte ah verdammt nein so ein knappes ding 53 prozent warte ich hatte auch 53 prozent oder bin ich jetzt grad ne 55 oh ich hatte 53 irgendwie im kopf keine ahnung wieso aber läuft und jetzt seht ihr es läuft eigentlich damit schon wenn ich ein armeelager mehr habe und noch eine dritte hexe äh oder dann sechs hexen hätte beziehungsweise ähm 30 von den mutantenlakeien weil wenn ich die auf 12 bringen würde dann wäre die sogar hätte ich sogar noch mal zwei mehr glaube ich moment so hier haben die noch mal ein bisschen mehr leben und hier wird noch mal erhöht auf um zwei und man hat so jetzt schon acht und dann hätten wir 30 mutantenlakeien ich glaube sogar dass es mit mehr lakeien sinnvoller wäre weil die lakeien sind im endeffekt die die den damage raus haben und die masse ausmachen und die beiden und die fledermäuse sind halt wirklich nur zum tanken da äh das muss man aber dann rum muss ich dann rumprobieren wenn es soweit ist ich würde sagen einen angriff kriegen wir auf jeden fall noch mal raus gehauen ich hoffe auf jeden fall dann dass ich mich über 3000 festsetzen kann aber ich denke mit dem nächsten armeelager müsste es möglich sein hier haben wir jetzt eine base die ich überhaupt nicht mag weil die ist quasi viereckig und hier habe ich jetzt halt keine seite von der ich wirklich richtig gut angreifen kann und das ist halt das problem hier an der stelle natürlich an der stelle und ich werde ehrlich gesagt von der seite hier angreifen weil hier ist die mega kanone oder riesen kanone und die kann ich direkt zerstören und dann stört die nicht so krass weil die ist auch echt eklig für die nachthexen so genau dann haben wir die weg und den rest schicken wir dann hier rein so zünden wir mal hier den nächsten sag rinder in die jute stube ne rinder so haut mal den einzelner schmetterer da weg das wäre schon mal die halbe miete okay die nachthexen sind jetzt schon drauf gegangen das ist nicht gut das sind definitiv nicht gut aber es sieht zumindest so aus als könnten wir vielleicht die 50 prozent wieder schaffen ja ja ich denke die 50 prozent kriegen wir hin weil alleine die hier außen noch action machen genau 50 prozent sind drin na kriegen wir sogar noch einen hin vielleicht kriegen wir sogar noch einen hin ja den haut er hier auch noch weg ja das ist natürlich jetzt quatsch jetzt will er sich dann noch gegen die durch die mauer fighten ja das wird nix na da geht er jetzt drauf aber kann man eigentlich wieder nicht meckern strategie hat ist wieder einigermaßen geglückt und es war auch knapp es war auch knapp ja leute genau so sieht's aus ähm und ähm ich hoffe die folge hat euch zur abwechslung auch mal wieder gefallen ihr könnt ja mal eure strategien unten reinschreiben wie viele armeelager ihr von welcher einheit mitnimmt und ähm wie ihr das so macht das würde mich auf jeden fall mal interessieren ist auch immer interessant für die andere natürlich sind wir auf den discord server auch sehr aktiv und tauschen unsere unsere ähm taktiken und strategien aus aber hier natürlich auch in den kommentaren auf youtube für die leute die halt sich kein discord holen möchten oder so die können natürlich auch sich hier austauschen und das wäre eigentlich ganz cool wenn alle immer ihre strategien so ein bisschen teilen würden dann hätten alle was davon von der äh community und ähm ich finde es super wenn wir als community zusammenarbeiten natürlich am besten ist es wenn ihr alle auf den discord server kommt äh von meiner community wir sind jetzt schon über 300 Leute auf dem discord server Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung aber für diejenigen die es sich nicht installieren können nicht dürfen was auch immer ist ja kostenlos aber trotzdem ähm also wüsste ich nicht was dagegen spricht ähm gerne eure strategien in die kommentare schreiben und dort ähm bin ich auch immer sehr sehr gespannt am lesen ich beantworte eigentlich bis jetzt immer noch alle kommentare dauert nur manchmal ein paar tage bis ich alle kommentare beantwortet habe ähm aber ich bin da fleißig dabei und lese jede nachricht also vielen dank für euer feedback und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bleibt stabil haut da rein und bis dann ciao bis dann